Unsere Kunden wollen Lösungen für ihre Visionen. Meine Aufgabe ist es, diese Vision richtig zu verstehen und dann gemeinsam mit dem Kunden die bestmögliche Finanzierungsstruktur dafür zu erarbeiten und somit ein stabiler Partner für unseren Kunden zu sein. Stabilität bedeutet aber auch, flexibel zu sein, flexibel zu reagieren auf sich ändernde Rahmenbedingungen und bereit sein für Neues.